...steht und wir dürfen ganz einfach uns von nichts anstecken lassen, sondern nur versuchen, die Initiativen... ...Kommentator, nämlich Christopher D. Ryan. Warum der Primera? Der Durchzug ist enorm. Drei Jahre Garantie? Der Preis? Warum soll ich mir zahlen? Den heurez. Four,七! erwartet, noch nicht! Amgen! Aw! Musik 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 In wenigen Sekunden geht es los. Kurz einmal die Ausstellungen, die ersten mit einem 4-5-1. Ich sage es Ihnen schnell einmal runter, den Nummern nach. 1. Der Torhüter Pohm, der einzige Legionär spielt bei Dada County, 2. Lemsalu, 3. Kirs, 4. Hochloff-Simson, 5. Metz, 6. Bigme, 7. Arbeiter, 8. Opa, 9. Kristall, 10. Reim, 11. Selinski, Opa die einzige Spitze, Lemsalu und Hochloff-Simson, das ist starke Innenverteidung. Schlossen, und zwar wie folgt. Konflur natürlich im Tor, das ist noch nicht das Risiko. Libero Kogler statt des verletzten Feierstinger. Offensivster Mittelfeldmann, wie immer, Andy Herzog hinter den beiden Spitzen passiert. Und Volk von Volk, gleich mit der ersten Schau. Nach wenigen Sekunden wäre das die Möglichkeit zum idealen Auftakt für die Österreicher. Nach einem Abwehrfehler, den Kerney gelützt hat, bald zu Pulte gebracht hat. Aber Abwehr von Klasse-Tormann zu. Gleich. Das ist aber noch die Chance für die ersten, eine Minute davor. Herzog mit dem Freistoß. Direkt in die Mauer. Eine Stunde steht zum Leihwesen der Österreicher und sicher auch von Ihnen zu Hause. Null für Null. Eine erholsame Pause wünscht Ihnen die PTA. Ein kurzes Fleischinterview von Hans Huber. Bis es soweit ist, schaue ich einmal kurz hinunter. Da plaudert Peter Stöger mit Andy Herzog. Gibt ihm einige Tipps. Vielleicht kommt Peter Stöger in der zweiten Hälfte. War ja in letzter Zeit auch ein Edelzoker, der als Ersatzspieler immer wieder Tore geschossen hat. Und ich glaube, jetzt ist Kapitän Toni Polster ab. Ja, ich sehe schon, er ist im Bild. Also hinunter zu Hans Huber. Toni Polster, zwei große Chancen zu begehen, aber kein Tor. Und danach wurde es immer schwieriger. Warum? Ja, wir müssen Geduld haben. Ich meine, die spielen wirklich mit einer Zehnerkette hinten. Und das ist sehr schwer durchzukommen. Der Platz ist sehr holprig. Natürlich passieren natürlich Ballfehler, das ist ganz klar. Aber wir müssen weiter konzentriert spielen und Geduld haben. Das ist das Einzige, was wir jetzt brauchen. Das heißt, Sie glauben, nach der Pause könnte dieses Erlöser jetzt so erfallen? Ja, man hat es schon gesehen. Ich meine, wir kriegen jetzt am Ende der ersten Halbzeit schon viel mehr Platz, weil Sie einfach nichts für das Spiel tun, sondern immer nur nachlaufen. Das macht natürlich müde. Und da müssen wir ansetzen. Danke vielmals. Und jetzt habe ich noch die Heute mehr als sonst. Ich zittere heute besonders, gebe ich zu. Warum? Weil wir gewusst haben, dass es hier ein sehr schweres Spiel sein wird. Weil es notwendig ist, dass wir gewinnen. Zumindest ungeschlagen davon gekommen, aber gewinnen. Und man sieht ja, dass die ersten nicht so umrecht gegen die Schotten 0 zu 0 gespielt haben oder gegen die Schweden, die 3 zu 2 verloren haben. Wenn Sie jetzt einen Tipp abgeben, wie würde der lauten? Ich gebe jetzt keinen Tipp ab. Ich hoffe nur auf die zweite Halbzeit. Das erste Tor für Österreich. 1 zu 0 der Sonny Polster aus einem Freistoß in der 47. Minute. Und der Kapitän erzielt sein 37. Tor in einem Länderspiel. Das dritte in dieser laufenden WM-Qualifikation. Und er bricht damit den Ball. Das ist jetzt der fünfte Schuss der Österreicher aufs estnische Tor und der hat gepasst. Endlich einmal hat auch eine Standardsituation so funktioniert, wie sein soll. Gefühlvoller Heber über die Mauer von Sonny Polster. Fiskal läuft drüber. Zwei Spiele drüber gelaufen und Reim schießt der Herr zu K.O. Der ist jetzt nicht. Aber Marthoam heißt nicht Schikelgrube und der Herr bleibt es beim 1 zu 0 für Österreich. Nichts sehe ich. Zwischen Roltsch und der nächste österreichische Angriff. Bastic! Eine Glanzleistung von Mark Hohm bei diesem Halbvolle von Ibiza-Bastic. Langsam schlägt sich die österreichische Dominanz in diesem Spiel auch in der Statistik nieder. Nicht nur in den Toren, sondern auch in den Schüssen. 7 zu 3. 3 zu 1. 3 zu 0, pardon. Einer ist ja nicht gegeben worden. 70 Minuten! Die Torstange, die Cornerfahne, die kann nichts dafür. Für Österreich mit 2 zu 0. Abwehrfehler, der erste wirklich schwere Fehler seit der ersten Minute bei den nächsten. Genützt vom Kapitän. 38. Team-Tor im 84. Länderspiel. Zur Freude der Schlachtenbummler. Und ich würde meinen, jetzt sollte nichts mehr anbrennen hier in Tallinn. 2 zu 0 für Österreich. Das selbe Ergebnis wie in Wien ist einmal eingestellt. An der Unruhe von Tator Tordarson haben wir es schon in den letzten Minuten gemerkt. Und auch auf dem Feld. Durch den größeren Druck der Österreicher. Und der Druck ist belohnt worden mit dem 2 zu 0. Da liegt der rechte Verteidiger Urmas Kyrs. Das ist mit dem Kopf mit einem der Österreicher zusammen. Fast keine Wollgewacht. Czerny sofort geflankt. Aber Kühlbauer leider nicht Wollgewacht. Ah, Vastic. Das kurze Eck zu Pfeifenberger. Kühlbauer. So ein paar Mal versucht. Wer darf jetzt dran? Kühlbauer, Vastic. Heißen wohl die Kandidaten. Die Witzer, Vastic. Ein einziges Länderspiel, Torda, gegen Estland, der Stils. Die Chance aufs Zweite. Abgefälscht, daher kein Tor, sondern Eckball. Ohne Pum. Der Spiel stand wohl schon 0 zu 4. Und der Kopfball, nach dem Eckball von Stöger, der kam von Markus Schopp. Wäre ein toller Einstand gewesen, etwa 2 Minuten nach der Einwechslung. Und da wurde selten, wieder gescheitert, an Matt Poe. Wieder perfekt über die Mauer gezirkelt. Vastic! 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 Es ist kein Doppelpuck, es ist ein Doppelpuck, es ist ein klassischer Headrick für den österreichischen Team-Rekord-Torschützen. Toni Bolster, 3 zu 0 in der 90. Minute. Ein großer Tag für den Kapitän und es könnte der Klassisch-Sieg einer Mannschaft gegen Hessland in der WM-Qualifikation werden, 3 zu 0. Team-Tor Nummer 39. Ja, er ist vielleicht der erfolgreichste Stürmer, der im Moment aktiv ist. Weltweit, nicht Nööster. 267 Tore hat er in Erstligaspielen erzielt, da hält keiner mit. Nicht einmal, Diego Maradona, 67 Tore in Deutschland, in den drei Jahren, die er jetzt bei Köln spielt, in der vergangenen Saison weiter. Der Schluss ist, es ist soweit, Estland verliert zum ersten Mal in der WM-Qualifikation mit 3-Toren-Unterschied. Und wir sind uns freuen darüber, dass der Gegner Österreich geheißen hat. Und Österreich zieht hier mit 3 zu 0. Dreifacher Torschütze. Der Kapitän, Toni Bolster. Und diese Fußballübertragung widmete Ihnen die P2. Ich höre gerade, es ist ein Interviewpartner bei Handhuber und damit gebe ich ihn unter zu unserem Interview. Ich höre jetzt, ganz soweit ist es noch nicht, wir bekommen da noch den Toni Trippelpack gezeigt. Natürlich für ihn Hocking-Essler an den Höhepunkt 3 Tore in einem Spiel, in einem Länderspiel, die gibt es nicht jeden Tag, auch nicht von einem Toni Bolster. So, und ich hoffe, dass uns die estnische Regie die Möglichkeit gibt, jetzt unsere Interviews zu machen. Die Schlachtenbummler haben hier kommen auch nicht beurteilen, das sehen wir schon Hans-Huber mit Herbert Vorhasker. Herzliche Gratulation, wie sehr ist die Erleichterung bei Ihnen, wie groß ist sie? Ja gut, die Erleichterung ist, es geht einmal um folgendes, wir haben eine Halbzeit gespielt zum Vergessen, wo wir wirklich einen Sommerfußball geboten haben, nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Aber ich wusste, dass die Mannschaft zuletzt auch immer gezeigt hat, dass sie dazulegen kann und wir haben dann in der Halbzeit eben auch darüber gesprochen, was jetzt notwendig sein muss. Wir müssen dazugeben und dann werden die Esten auch nicht dieses gute Spiel, das sie erst die Halbzeit geboten haben, defensiv, sie haben sehr gut Pressing gespielt, dann können sie es auch nicht durchhalten. Und natürlich hat uns auch geholfen, das schnelle Freistoßtor dann nach der Pause. Und ja, letztlich hat man dann gesehen, dass die Mannschaft immer sicherer geworden ist, immer ruhiger und hat auch dann läuferisch, kämpferisch überzeugt und auch spielerisch. Was haben Sie denn der Mannschaft in der Pause gesagt? Sind Sie laut geworden? Nein, ich glaube, es geht nicht darum, dass es nützt nichts, wenn man jetzt in der Pause laut schreit oder herumschreit, sondern es genügt auch, wenn man das mit normaler Stimme sagt, dass man eben versucht aufzuzeigen, was notwendig ist, dass man eben besser abschneidet als in der ersten Halbzeit. Und das haben sie dann getan. Und es ist natürlich klar, dass wir hier nicht rechnen konnten damit, dass wir hier ein brillantes Spiel aufziehen können. Denn erstens einmal sind die Esten, wie Sie gezeigt haben, nicht so schlecht. Und zweitens einmal ist in so einem Spiel, glaube ich, immer nur das Resultat letztlich entscheidend. Und das war dann, wenn man die zweite Halbzeit hernimmt, sehr positiv. Danke vielmals, Herbert Prohaska. Und jetzt warte ich da auf den Toni Polster. Der ist nicht da, aber der Heimo Pfeifenberger oder der Roman Melig. Roman Melig, Ihr erstes Länderspiel von Beginn an und Sie haben gespielt, als hätten Sie immer dazugehört. Haben Sie das auch so empfunden? Ja, ach Gott, zuerst muss ich sagen, es ist nicht so schwer, weil das Nationalteam ist eine gut funktionierende Mannschaft. Und die anderen, die immer spielen, die haben jeden von uns, der halt in Chile und mich sicher mitgerissen. Und von daher, glaube ich, haben wir einen Superagent. Und ich bin jetzt froh, bin ich sehr froh, dass wir gewonnen haben. Dieses 1 zu 0 hat ja lange auf sich warten lassen. In der ersten Hälfte hat es nicht so geklappt. Was war denn dann der Unterschied nach der Pause? Na gut, ich glaube ganz einfach, dass wir in der Halbzeit gesagt haben, wir müssen den Drück erhöhen. Und dass wir gemerkt haben, dass die Ästen Konditionen mit uns sicher nicht mithalten können. Und so war es dann auch. Wir haben dann den Druck erhöht und die haben den ganz einfach unseren Angriff nicht mehr standhalten können. Und es war eigentlich für uns nur eine Frage der Zeit, wenn wir das erste Tor schießen. Danke vielmals, Roman Melig. Und damit zunächst einmal zurück ins Studio nach Wien. Ja, und hier im Studio ziehen wir den Hut vor der österreichischen... Und herzlich willkommen...